So, willkommen zurück zum nächsten und vermutlich auch letzten Teil von... Oh, wie schön die Maus hier zieht. Ach, traumhaft. Von dem Westenar 2. Let's Play Snake. Ähm, ja, wo wir uns jetzt dem Ende nähern. Lasst ihm den Kopf weg. Und wir müssen hier elf Leute unnieten. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Lasst ihm den Kopf weg. Er hat einen erwischt. Lasst ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Er schießt ihn. Lasst ihm den Kopf weg. Fini? Tötet ihn. Kann man jetzt hier nicht irgendwie... Lasst ihm den Kopf weg. Warum gehst du nicht? Lasst ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Fennimor geht nicht aus... Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. ... von der Stelle weg. Nanu. Tötet ihn. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Also wenn man nach unten klickt... Tötet ihn. ... dann geht er in Deckung. Er schießt ihn. Und wie zum Geier bewege ich mich jetzt hier? Tötet ihn. Das ging noch vorhin so gut bei den Schießübungen. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Lass ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Es schießt ihn. Hm. Es schießt ihn. Ha. Er schießt ihn. Jetzt macht er weiter. Blast ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Na. Abgeschmiert. So. Tötet ihn. Wieder zurück. Szene wurde neu geladen. Er hat einen erwischt. Lass ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Er hat noch einen erwischt. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Na, komm hoch. Blast ihm den Kopf weg. Oh. Oder auch nicht. Dann sind wir jetzt mal gestorben. Da ist er. Dann nochmal von vorne. Blast ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Er hat einen erwischt. Tötet ihn. Na, muss ich doch. Hier geht's nach rechts. Tötet ihn. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Na, es kommt hoch hier. Er hat noch einen erwischt. Na, erwisch ich dich nicht. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Ach, scheiße. Wer schießt denn da? Da ist er. Blast ihm den Kopf weg. Er hat einen erwischt. Tötet ihn. Blast ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Nee, jetzt geht er wieder nicht in Deckung hier. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Kommt, Jungs. Schnappt ihn euch. Wir stopfen den Blei voll. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Ach, Mist. Da ist er. Blast ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Er hat einen erwischt. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Er hat noch einen erwischt. Hey, wer schießt denn da? Da ist er. Blast ihm den Kopf weg. Er hat einen erwischt. Tötet ihn. Blast ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. 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 Tötet ihn. Kommt, Jungs. Schnappt ihn euch. Schnappt ihn euch. Wir sind vier gegen einen. Wir sind nur noch zu dritt. Wir stopfen dich mit Blast. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Tötet ihn. Oh nein. Er schießt ihn. Jetzt hängt der wieder. Oh nein. Tötet ihn. Ja, super. Tötet ihn. Also noch mal. Ist das ein verpacktes Stück Scheiße. Also noch mal von hier. Du kannst jetzt mit der Operation beginnen. So, warten. Rhiannon, wach auf. Sie sind hier. Nochmal. Da ist er. Blast ihm den Kopf weg. Er hat einen erwischt. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Er hat noch einen erwischt. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Wir stopfen dich mit Blei voll. Blast ihm den Kopf weg. Wer schießt denn da noch? Wir stopfen dich mit Blei voll. Irgendeiner. Ach, der da. Er schießt ihn. Wir stopfen dich mit Blei voll. Er schießt ihn. Wir sind nur noch zu dritt. Tötet ihn. Blast ihm den Kopf weg. Blast ihm den Kopf weg. Er hat noch einen erwischt. Dreckiger Mistkerl. Komm und hol mich, wenn du dich traust. Los, Leute. Na, endlich. Geht's jetzt mal alleine weiter? Nee, ich klicke mal. Rihanna, schnell raus. Gut gemacht, Junge. Aber Stevens ist entwischt. Ich wette, er ist zum Friedhof unterwegs. Denk daran. Du hast versprochen, den Schatz im Grab mit mir zu suchen. Gehen wir. Wir müssen ihn einholen. Auf zum Friedhof. Es scheint niemand hier zu sein. Sie verstecken sich bestimmt zwischen den Grabsteinen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Besonders mit Stevens. Überlass ihm hier. Oh, können wir endlich wieder speichern? Oh, na, ein Glück. Schnell speichern. Damit diese unsagbar dämliche Szene nicht nochmal gemacht werden muss. Er kommt näher. Kommt, Jungs. Schnappt ihn euch. Tötet ihn. Lasst ihm den Kopf weg. Mal eins. Er hat einen erwischt. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Lasst ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Es schießt ihn. Es schießt ihn. Boah, ich gebe wieder zufrieden. Es schießt ihn. Er hat noch einen erwischt. Ich muss ihn mal selber anschauen. Schnappt ihn euch. Tötet ihn. Ah, das kommt hoch hier. Lasst ihm den Kopf weg. Ich seh dich doch. Lasst ihm den Kopf weg. Wir stopfen dich mit Blei voll. Er hat noch einen erwischt. Da hin sind welche. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Er schießt ihn. Tötet ihn. Blast ihm den Kopf weg. Ach, Fanny Moore. Geh doch mal wieder irgendwo hin hier. Nein, du schmierst ab. So, da bin ich wieder. Die Szene nochmal neu geladen. Hab jetzt hier zwei erwischt. Tötet ihn. Wir stopfen dich mit Blei voll. Lasst ihm den Kopf weg. Doch, Jungs, schnappt ihn euch. Sag mal, willst du mich verarschen, Fanny? Was ist das denn? Wer kommt, der? Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Er hat einen erwischt. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Kommt, Jungs, schnappt ihn euch. Na, guck hoch. Nein, er guckt nicht hoch. Lasst ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Er schießt ihn. Lasst ihm den Kopf weg. Ja, lass, komm mal hoch hier. Er hat noch einen erwischt. Er schießt ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Er hat noch einen erwischt. Er hat noch einen erwischt. Tötet ihn. Wir schnappen dich mit Blei voll. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. Aha. Er hat noch einen erwischt. Er schießt ihn. Wir sind vier gegen einen. So, lad mal nach. Räckiger Mistkerl. Räckiger Mistkerl. Oh, Fanny, jetzt sagen wir nicht, dass du hier schon wieder festhängst. Vorsicht. 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 Nur noch dich. Vorsicht. Ich kann ihn nicht sehen. 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 Nein. Ach, Mann. 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 Diese sackbehinderte Steuerung. Kommt, Jungs. Schnappt ihn euch. Werden das zu viele gewesen, da einfach mal... Blast ihm den Kopf weg. Er hat einen erwischt. Mit Pfeiltasten was zu machen, oder wäre es dann zu einfach? Er hat noch einen erwischt. Er schießt ihn. Blast ihm den Kopf weg. Er hat noch einen erwischt. Wir stopfen dich mit Blei voll. Weil dann weiß ich, dass ich dich nicht sehe. Wirst du. Wir stopfen dich mit Blei voll. Tötet ihn. Er schießt ihn. Ach so, stimmt. Ich kann ja hier nicht langen. Blast ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Er hat noch einen erwischt. Er hat noch einen erwischt. Lasst ihm den Kopf weg. Er schießt ihn. Ach, Fanny, komm raus hier. Ach, Mann. Schießt ihn. Wir stopfen dich mit Blei voll. Nach links. Blast ihm den Kopf weg. Ich sehe nichts, Fanny. Blast ihm den Kopf weg. Tötet ihn. Ist doch wohl ein Witz. weiter nach links. Tötet ihn. Tötet ihn. Tötet ihn. Es schießt ihn. Wir sind vier gegen einen. Vorsicht. Thanks, Kerl. Hä? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich mach das offscreen. Wir sehen uns gleich wieder. Was für eine Scheiße, ey. So. Jetzt könnte es klappen. Jetzt sind es nur noch zwei. Einen davon sehe ich hier. Ich kann ihn nicht sehen. Komm und hol mich, wenn du dich traust. Los, Leute. Wo ist der letzte? Komm und hol mich, wenn du dich traust. Ha. Okay. Jetzt? Achtung! Ich wusste, dass du es schaffst, Fanny Moll. Wo ist Baker? Es muss hier irgendwo... Hier ist es. Ich hab's gefunden. Das ist nicht fair. Warum bekomme ich nur drei Säcke und ihr jeweils vier? Jetzt schauen Sie doch mal genau hin. Ja. Du hast ganze 40 Kilo Gold. Aber in jedem Sack waren 50. Sie müssen einfach ein Bad nehmen. Und dann das Gold aus dem Bade zu versalten. Keine Chance. Du willst doch nicht für immer so bleiben, oder? Natürlich werde ich... Nun, äh... Vielleicht... Achtung! So, damit hat dieses Spiel tatsächlich auch ein Ende. Die Butze hier... Noblilis und Revistronic hat's tatsächlich geschafft, die Fanny Moll Film Moll-Reihe mit Anlauf in den Boden zu rammen. Herzlichen Glückwunsch! Eine eigentlich recht gute, äh... Western-Friendly-Klick-Reihe. Einfach mal so völlig lieblos und verpackt in den Abgrund treten. Das hat Stil. Apropos als Stil. Äh... Ich lese mal hinten die Verpackung vor. The Westerner 2 schickt dich in die staubige Wüste des wilden Westens, wo Fanny Moll Film Moll und seine bezaubernde Freundin Rihanna bei der Jagd nach einem sagenwogenen Schatz gebleibet ist. Hier fordert ihr ein... cineastisches, anmutendes Meisterwerk aufgrund Showdowns mit riesen Banditen, überles die giftige Schlange oder knacken diesen einzigen Art Link Venture fehlende Rätsel. Spannende Meisterwerk